Hallo, mein Name ist Hendrik Papel, ich bin von der Schelp Crew Neu-Astenberg. Ich möchte euch recht herzlich zu unserem Contest am kommenden Samstag einladen, mit anschließendem Tanzabend, guter Laune und viel Snowboarding. Also der Contest heißt Postwiesen Torero. Besucher sind natürlich gerne gesehen, für Würstchen und zu trinken ist gesorgt und gute Laune und Musik ist auch dabei. Der Contest wird so ablaufen, dass wir erst eine offene Jail machen, zum Qualifizieren der 10 besten Fahrer. Und dann zum Schluss, zum Höhepunkt des Tages, werden die besten Fahrer nominiert und können ihre besten zwei oder drei Lines fahren und daraus wird dann der Gewinner gekürt. Wir haben wieder coole Lines aufgebaut, mit vielen Transitions, man kann viel variieren und ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Und Freitagabend werden wir alles nochmal perfekt in den Chat bringen und dass für Samstag alle ganz viel Spaß im Park Neu-Astenberg haben. Natürlich nach dem Contest müsst ihr noch nicht alle nach Hause gehen, dürft ihr auch nicht. Wir haben noch einen ganz lockeren Tanzabend oben in der Lawine mit natürlich einigen Kaltgetränken, einem DJ, guter Laune und Musik. Ein gutes Wetter ist auch bestellt und vorausgesagt, alle Lifte sind bei uns geöffnet, auch der Parklift. Das heißt, wir können unglaublich viele Runs kloppen und das Shape-Team Neu-Astenberg freut sich auf euch.